Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den Gardena Mähroboter Sileno Minimo vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der Gardena Sileno Minimo ist ein kompakter und effizienter Mähroboter, ideal für kleine bis mittelgroße Gärten bis zu 100 m2. Er sorgt für einen perfekt gepflegten Rasen, ohne dass ihr selbst mähen müsst. Dank seiner kompakten Größe und hohen Manövrierfähigkeit ist er besonders für enge und verwinkelte Gärten geeignet. Ein besonderes Merkmal dieses Mähroboters ist die Sensor Cut Technologie, die für einen streifenfreien und gleichmäßigen Rasenschnitt sorgt. Der Sileno Minimo mäht systematisch und hinterlässt keine Spuren oder ungemähten Stellen. Er arbeitet leise und stört weder euch noch eure Nachbarn während des Betriebs. Die einstellbare Schnitthöhe ermöglicht es euch, den Rasen nach euren Wünschen zu trimmen. Der Sileno Minimo ist zudem wetterfest und kann bei jedem Wetter arbeiten, was ihn besonders flexibel macht. Regen oder Sonnenschein, dieser Mähroboter sorgt immer für einen gepflegten Rasen. Der Mähroboter verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, darunter Hebe- und Kippsensoren, die die Messer sofort stoppen, wenn der Roboter angehoben oder gekippt wird. Diese Funktionen tragen zur Sicherheit bei und verhindern Unfälle. Zudem kehrt der Sileno Minimo automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Akku leer ist und lädt sich selbstständig wieder auf. Dies stellt sicher, dass der Roboter immer einsatzbereit ist. Die Bedienung des Gardena Sileno Minimo erfolgt einfach und intuitiv über die Gardena Bluetooth App. Mit der App könnt ihr Mähzeiten programmieren, den Status des Mähroboters überwachen und verschiedene Anpassungen vornehmen. Dies bietet euch maximale Flexibilität und Kontrolle über die Rasenpflege, auch wenn ihr nicht zu Hause seid. Zusammengefasst bietet der Gardena Sileno Minimo eine moderne und benutzerfreundliche Lösung für die Rasenpflege. Er kombiniert fortschrittliche Technologie, einfache Bedienung und hohe Effizienz, um euren Rasen immer optimal gepflegt zu halten. Wenn ihr einen zuverlässigen und leistungsstarken Mähroboter für kleine bis mittelgroße Flächen sucht, ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis